Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen INSYS Tutorial. Heute zeigen wir euch, wie ihr den Schnellstartassistenten eines ICOM OS Gerätes verwendet. Die notwendigen Vorbereitungen haben wir euch bereits in diesen beiden Videos gezeigt. Zu Beginn sollte der Konfigurations-PC bereits per LAN-Kabel mit dem Router verbunden sein. Wir öffnen einen Browser und erreichen unter der Standard-IP 192.168.1.1 das Webinterface des Routers. Mit dem als Standard gesetzten Benutzernamen INSYS und dem Passwort ICOM loggen wir uns ein. Wir klicken auf den Schnellstartassistenten oder navigieren direkt zum Hilfe-Menü und wählen dort den Schnellstart aus. Wir wählen als Art der VPN-Verbindung ICOM Connectivity Suite VPN. Jetzt tragen wir den Kundennamen der ICOM Connectivity Suite und den entweder individuell vergebenen Gerätecode oder falls kein Code für das Gerät gesetzt wurde, den Standard-Gerätecode ein. In unserem Beispiel werden wir zuerst die VPN-Verbindung über Mobilfunk einrichten und euch danach dann noch einmal eine Warn über Ethernet-Verbindung demonstrieren. Für die Einrichtung der Verbindung über Mobilfunk sollte die SIM-Karte bereits in das Gerät eingelegt sein. In der Schnellstartmaske geben wir zuerst den PIN der SIM-Karte ein, sofern benötigt. Danach Benutzername und Passwort. Darauf folgend wird der APN als wichtigste Angabe aus der Hilfeliste gesucht und eingetragen. Im unteren Bereich findet ihr alle Informationen zur geplanten Konfiguration. Mit Assistent ausführen bestätigen wir die Einstellungen und der Schnellstartassistent wird ausgeführt. Wollt ihr eine Warnverbindung über Ethernet konfigurieren, beginnt ihr auch mit der Auswahl der VPN-Verbindung im Schnellstartassistenten. In unserem Fall ICOM Connectivity Suite VPN. Jetzt tragen wir den Kundennamen der ICOM Connectivity Suite und den entweder individuell vergebenen Gerätecode oder falls kein Code für das Gerät gesetzt wurde, den Standardgerätecode ein. Danach wählen wir für unsere Verbindungsart Warn über Ethernet. Wir können zwischen der DHCP Client Option für das automatische Beziehen einer IP-Adresse oder einer statischen IP-Adresse wählen. In unserem Beispiel verwenden wir den DHCP Client. Im unteren Bereich findet ihr alle Informationen zur geplanten Konfiguration. Mit Assistent ausführen bestätigen wir die Einstellungen und der Schnellstartassistent wird ausgeführt. Der Schnellstartassistent lädt automatisch die notwendigen Einstellungen und stellt eine VPN-Verbindung her. Die Konfiguration wird nach Abschluss noch einmal dargestellt. Klickt auf Konfiguration fortsetzen, um ins Webinterface des Routers zurückzukehren. Hier seht ihr, dass die Einstellungen geladen wurden und der Router wird in der ICOM Connectivity Suite VPN als online dargestellt. Im nächsten Video zeigen wir euch, wie ihr einen ICOM OS Router mit einem Text-File im ASCII-Format konfiguriert.